Schätze dich glücklich. Du kannst sterben. Nun wird's asiatisch und auch historisch, denn der nun folgende Film namens Blade of the Immortal ist das sage und schreibe hundertste Werk von Regisseur Takashi Mieke. Japans Ausnahmefilmer arbeitet seit 1991 und hat seit dieser Zeit 2,8 Filme pro Jahr abgedreht. Und vermutlich hat er wahrscheinlich schon nach dem Ende dieses Videos den nächsten Film im Kasten. In diesem Film geht es um einen Saburai namens Manji. Manji hat seinen Lord und dessen Leibgarde umgebracht und Manji musste mit ansehen, wie seine kleine Schwester umgebracht wurde von ein paar Kopfgeldjägern. Er konnte sich zwar blutig und brutal dafür rächen, aber die Folge davon ist, dass Manji jetzt nun unsterblich ist. Eine 800 Jahre alte Geisterfrau hat ihm so magische Würmer in den Körper eingepflanzt und die sorgen dafür, dass Manji sich immer wieder zusammenflickt oder zusammensetzt, wenn er denn mal zerstückelt wurde oder aufgeschnitten wurde. Naja, und 50 Jahre nach diesem Vorfall kommt nun ein junges Mädchen namens Rin zu Manji und bittet ihn dabei zu helfen, ihre Familie zu rächen. Denn die wurde auch von einem fiesen Schwertkämpfer namens Anotsu umgebracht und ja, ihr gelüstet es nun nach Vergeltung. Und Manji willigt zunächst ein, weil ihn Rin zu sehr an seine eigene kleine Schwester erinnert, der er gerne ins Jenseits folgen würde. Aber naja, Manji hat nicht damit gerechnet, was er für einen Krieg gegen diesen Anotsu heraufbeschwört. Helfen Sie mir, Achif, um meinen Vater zu üben. Keine Frage, in seiner Laufbahn hat Takeshi doch schon so einiges an. Ich will jetzt nicht sagen Müll produziert, aber schon an verzichtbaren Filmen. Und Gott sei Dank gehört Blade of the Immortal nicht dazu. Ich bin wirklich riesengroßer Takashi Miki Fan. Also ich habe echt diverse Streifen gesehen und ich liebe sie alle. Ich liebe Fudo, Audition, Visitor Q, Itchy, Lesson of the Evil, 13 Assassins, Gozu. Alles großartige Filme, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Aber es gibt halt auch wirklich Schund, wie zum Beispiel Zebra Man oder Itzu oder dieser Full Metal Yakuza. Die habe ich auch alle gesehen. Und naja, da weiß ich halt eben. Oder Last Call. Oh Gott, hör mal auf. Ja, und ich weiß halt auch, was der Mann für Schrott produzieren kann. Naja, aber hier in Blade of the Immortal, da bewegt er sich in einem Umfeld. Das hatte er schon mit 13 Assassins und mit Harakiri erfolgreich bearbeitet. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er das Martial-Arts-Genre in neue Höhen schraubt, aber er reicht zumindest die Klasse, die er mit den beiden vorher genannten Filmen erreicht hat oder vorgelegt hat. Und deswegen ist es schön, es gibt hier wirklich... Ja, es ist einfach schön, dass das sein 100. Film ist. Denn es gibt ein paar wirklich hervorragend choreografierte Kampfszenen. Es gibt eine Geschichte, die auch Spannung generiert, aber sich nicht zu schade dafür ist, gefühlvolle Momente oder auch nachdenkliche Momente zu präsentieren. Und ja, die sich schon doch ein wenig Zeit nimmt, um gewisse Motivationen und Emotionen zu ergründen, zu erklären und zu zeigen. Gerade von Manji und von Rin. Und deswegen erhalten die beide eine wunderschöne Charakterzeichnung. Und deswegen folgt man den beiden auch gerne bei ihrem 140 Minuten langen Abenteuer. Ja. Es gibt aber halt auch Phasen, da wirkt es alles ein bisschen schwerfällig, möchte ich jetzt mal sagen. Gerade so nach dem starken Anfang, dann dauert es schon seine Zeit, bis es losgeht. Aber bitte behaltet die Geduld und das Sitzfleisch, denn dieser Film mündet in einem Showdown. Der macht auch wirklich 13 Assassins Konkurrenz. Ja, der ist richtig brutal, der hat einen richtig hohen Body Count und der hat ein paar wirklich, wie bereits schon erwähnt, hervorragend choreografierte Schwertkämpfe zu bieten. Und wenn man auf asiatisches Kino steht und wenn man auch mal so ein paar kitschige, B-Filmartige Figuren, wie zum Beispiel diese 800 Jahre alte Geisterfrau, verzeihen kann, dann kann man sich hier bedenkenlos auf Blade of the Immortal einlassen. Ein wirklich rundes Ding, eine wirklich würdevolle 100. Produktion und wenn es denn geht, wünsche ich Takashi Mieke, dass er noch mindestens 100 weitere Filme dreht. Verzeih mir, ich habe drauf geblutet. Bungie, ist dir nichts geschehen? Nur ein Kratzer. Wie immer zum Schluss ein paar Worte zur Technik, also zur Blu-ray von Blade of the Immortal an sich. Die präsentiert sich rein audiovisuell ganz ordentlich. Zu Beginn des Films, wenn der Film noch in der Vergangenheit spielt, wirkt das Bild etwas körniger und weist auch ein paar krasse Kontraste auf. Das ändert sich aber, wenn der Film dann 50 Jahre in die Zukunft springt und dann überzeugt er durch eine durchgehend gute und hohe Schärfe. Die ist teilweise sogar so hoch, dass man in den Close-Ups einzelne Make-Up-Schichten erkennen kann. Und darüber hinaus, ja, erfreut der Film in den hell ausgeleuchteten Szenen durch eine schöne Farbpalette, die kräftig ist, die kontrastreich ist, die ausgewogen ist und ja, die einfach ein schönes Bild erzeugt. Allerdings kann es hier und da auch schon mal zu ein paar unruhigen Bildern kommen oder zu ein wenig Detailverlust. Und gerade in den dunklen Momenten oder in den weniger gut ausgeleuchteten Szenen, ja, da können auch Details schon mal richtig versacken. Aber das fällt nicht allzu sehr ins Gewicht. Was dagegen etwas betrüblicher stimmt, ist die deutsche HD MA 5.1 Tonspur, denn die ist doch recht frontlastig. Selbst in den zahlreichen Action-Szenen spielt sich das meiste Geschehen nur auf den Front-Lautsprechern ab. Das ist ein bisschen schade. Aber hier und da fühlt sich dann doch mal so ein bisschen Soundtrack, so ein bisschen Score und das ein oder andere Schwert der Klirren auf die hinteren Boxen und dann kann man schon wieder zufrieden sein bzw. kann man sich freuen. Und ansonsten ist das alles hier klar verständlich und auch doch, obwohl es nur von vorne kommt, mit einigem Druck versehen. Dementsprechend kann man hier ein Auge zudrücken. Wo man kein Auge zudrücken kann, ist tatsächlich beim Bonus-Material, denn es gibt kein Bonus-Material. Es gibt lediglich ein paar Trailer und das war's. Und das ist wirklich schade, denn wenn man Fan von Takashi Miki ist und auch ein paar Extras haben möchte, dann muss man hier wirklich wahrscheinlich zum Media Book oder zum Steel Book greifen und das kostet dann wieder etwas mehr Geld. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um den hundertsten Film eines Regisseurs handelt, ist das schon ein bisschen, ja, betrüblich, nee, ist schon ein bisschen traurig. Aber ansonsten, toller Film, toller Regisseur. Wer auf Martial Arts E-Pön steht, der kann sich diesen Film wirklich problemlos geben. Er muss halt ein bisschen Zeit mitbringen und ansonsten sollte er schon hier und da mal den ein oder anderen Takashi Miki-Film gesehen haben, dann hat er auf jeden Fall eine gute Zeit. In diesem Sinne, haut rein! k Untertitelung des ZDF für funk, 2017